Ayo was geht ihr Freunde, ich habe euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's be Uncharted 4 Das heißt, dass wir stehen mit den kleineren Drake und Sam, jetzt klettern wir hier hoch Und zwar haben wir jetzt die Aufgabe, ja ähm In den Raum zu klettern, wo ähm Ja, unsere Mutter, beziehungsweise wo eventuell Die Sachen unserer Mutter sich befinden Könnten Und das werden wir uns auf jeden Fall heute mal angucken Warte mal, dass das halt hier gerade ein bisschen Genau das wollte ich Kann ich mich an den Waffen festmachen? Ja, kann ich, perfekt So, sind gleich da Jetzt kann ich hier hoch Jetzt kann ich hier hoch, sehr schön Der kleine Draco ist sehr, sehr gut im Klettern Sehr wild Jetzt können wir hier rein in den Lüftungsschacht Jetzt können wir mal gucken Hier ist nichts Dass wir in den Raum können, Digga Das wäre nämlich jetzt hier wirklich sehr, sehr Wichtig und interessant Können wir sie nicht aufschließen? Was ist das dir? Kodein Was? Kodein? Alter Das ist doch hier Ist das nicht ne Droge? Also so ne Rapper Droge Kodein geworden? Irgendwie Hustensaft Gemischt mit Sprite oder sowas So ein Scheiß, Alter Wer es lesen möchte Du gehofft, mein Standpunkt wäre in unserem letzten Gespräch deutlich geworden Ich hatte gehofft, dass mein Ignorieren Deine wiederholten Kontaktversuche eine unmissverständliche Botschaft wäre Als ich erfahren habe, dass du meiner Tochter einen Check geschickt hast wurde mir klar, dass meine Botschaft zu subtil für jemanden wie dich war Ich brauche dein Geld nicht Genauer gesagt, ich will dein Geld nicht Ich kann sehr gut ohne deine Hilfe für meine Familie sorgen Es beleidigt unsere beide Intelligenz vor zu täuschen, dass deine leere Geste irgendwie unsere Beziehung wieder aufleben lassen könnte Das Wenige, was uns noch verbunden hat, war in dem Moment zunichte Als du dich dazu entschieden hast, Vaters Begräbnis nicht beizuwohnen Er hat dich bis zu seinem letzten Atemzug geliebt Ich tue es nicht Ich bitte, dass du Frieden darin findest, wonach du dein ganzes Leben lang gesucht hast Aber kontaktiere mich oder meine Familie nie wieder Edmund Echt traurig Er ist schon belastend Also der Typ ist Wie es aussieht Ist das ein Chinese? Ah, guck mal, hier ist ein Schlüssel Weiß ich gar nicht, Alter Was gefunden? Keine Aufzeichnungen Tja, okay Da ist noch die andere verschlossene Tür Komm Geht's mit dem Schlüssel? Yes Geil Aufzeichnungen zuhauf Mal sehen, was wir finden Okay, schauen wir uns mal loben, Alter Hier in der Box Sam Hast du da was? Da sind sie Reichtümer des Paradieses? So Wer es lesen will Der Gunsway-Raub War seine Mutter eine Forscherin? Oder warum hat die so viel recherchiert? Was hast du da? Das hab ich noch nie gesehen Ja, ich auch nicht Aber das Nein, das ist eindeutig Mams Handschrift Nehm die Hände hoch Langsam Hey, hey, hey Das ist nicht nötig Was hält ihr da? Hey, 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 hey Zielen Sie nur auf mich Gib mir Mein Buch Okay, okay Okay Tut mir leid, Nathan Tut mir leid, Nathan Und was jetzt? Jetzt Warten wir Auf die Polizei Hey, das wollen Sie sich doch bestimmt nicht antun Stopp Ich mein, das Leben von zwei Kindern zu zerstören, ist Ich will euch wirklich nicht erschießen Kommen Sie, Lady Es ist doch gar nichts passiert, stimmt's? Wir alle müssen uns den Konsequenzen unserer Taten stellen Müssen Sie eh wenigstens gehen Ich brachte ihn her, um Ihnen die Sachen unserer Mutter zu zeigen Das ist alles, sie hat gar nichts damit zu tun Was? Das heißt, das war allein meine Idee Nein Die Sachen eurer Mutter? Ja, die Aufzeichnungen Sind von unserer Mann Ihr seid Cassandra Morgens Jungs Hi Mein Gott Ich hätte euch fast erschossen Ja, könnten Sie noch immer Also, würden Sie Sie kannten Mom? Sie hat für mich gearbeitet Wie ihr sicher bemerkt habt Bin ich sowas wie eine Sammlerin Das ist mal eine Untertreibung Also Hat Mom für Sie übersetzt? Eure Mutter War die brillanteste Historikerin, die ich je getroffen habe Wir hätten gemeinsam so viel erreichen können Doch dann Ihre Krankheit, die Tut mir leid Nein, schon gut Das ist lange her Von all Ihren Entdeckungen Wäre das die absolute Krönung gewesen Sit Barvis Magna Großes aus kleinen Ursprüngen Sir Francis Drake's Wahlspruch Ja, Latein und historische Figuren Das waren unsere Themen beim Abendessen Wir waren Eine seltsame Familie Hat sie euch je von ihrer Theorie Über Sir Francis Drake und seine Nachkommen erzählt? Sir Francis Drake hatte keine Nachkommen Das will die Geschichte uns weismachen Aber eure Mutter und ich sahen das anders Die Geheimnisse dieses Piraten zu lüften Ist noch ein Abenteuer, dem ich lebwohl sagen muss Ich muss wohl vielem lebwohl sagen Verzeiht mir Das Gerede einer alten Frau Hier Ihr habt genauso viel Anspruch darauf wie ich Wer weiß Vielleicht beendet ihr ja eines Tages, was sie begonnen hat Also Sind wir aus dem Schneider, ja? Ich regel das mit der Polizei Ihr habt ja reingefunden Da findet ihr auch allein wieder raus, hm? Ja Hier Danke Das Chaos tut mir leid Okay, komm Nathan Gehen wir Alles okay? Heilige Scheiße Nein, 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 nein Hey 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 Sam? Sam? Hier ist die Polizei Alles okay? Warte, wir müssen doch was tun Wir müssen dringend hier verschwinden Wir können sie doch nicht hier lassen Wir können nichts für sie tun Okay, wir müssen abhauen, wenn die Cops uns hier finden dann Nathan Wir müssen weg Sofort Ach, scheiße Fenster, Fenster, komm Ach du kacke Was geht ab hier? Okay Sie sehen oben Sie, komm mit mir Oh, shit, die wollen Ganz schnell hier weg, älter Ganz schnell hier weg Oh, shit Was machst du denn? Oh, shit, ich hab dich Springen einfach Oh, shit, na, komm Na, komm, na, komm, na, komm Schornstein Komm schon, ich komme Los, ey, sag mal Danke Woh, shit, du musst du dir Ich hab dich Bitte Ich bin Okay Oh, shit Ja, ich bin Das ist okay Hier, bleiben Auf dich Und fallen Ich darf nicht schießen nicht, Digga. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Letzte Warnung, auf den Boden, Hände über den Kopf, fertig. Oh, fuck, Digga, let's go. Ah, man hat zigzag. Ren, Jazelle, mehr ren. Na, komm. Na, komm. So, nice. Los, halt dich fest. So, wir sind in Sicherheit. Lass uns mal kurz verschnaufen, ja? Was für eine Nacht, hm? Was für eine Nacht. Diese alte Frau. Hey. Hey, jetzt hör mir mal zu. Das vorhin war nicht unsere Schuld. Ich meine, die Frau, die... Die war... krank. Nein, ist ja okay, sich mies zu fühlen. Aber wir hätten da nichts tun können. Und was machen wir jetzt? Ich kann nicht zurück ins Waisenhaus. Du kannst nicht zurück zu deinem Job. Dann lassen wir es. Klar. Nein, ich mein's ernst. Wir beide hauen so weit von hier ab, wie wir überhaupt nur können. Ja? Und wie lange bis die Cops uns finden? Oh, ich glaube, die suchen nach Nathan und Samuel Morgan. Ja, das sind wir. Wenn wir das nicht wären. Wenn wir das nicht wären... Nathan, vorhin in dieser Welle wusstest du genauso viel über diesen Kram wie diese arme alte Frau. Hier. Ich wusste schon immer, dass das Schicksal Großes mit uns vorhat. Aber bis heute Nacht... wusste ich nicht, was das heißt. Aber das... Marms unvollendete Arbeit... Das ist unsere Chance. Ein neues Leben anzufangen. Mit neuen Identitäten. Wovon redest du da? Ich kenn' ein paar Leute. Die fälschen astrein Papiere. Und was unsere neuen Namen angeht... Warum glaubt er, Sir Francis Drake hätte Nachkommen gehabt? Er will das Gegenteil beweisen. Du meinst das ernst, oder? Nathan, das ist unser Schicksal. Und ich verspreche dir, du und ich zusammen. Wir werden es weit bringen. Na, was sagst du? Nathan Drake. Und danach änderte sich alles. Du weißt schon, wir wurden... Entdecker. Abenteurer. Hauptsächlich Diebe. Au! Okay, halt mal still. Eine Weile lang war's so. Wenn wir uns nicht im Knast abgewechselt haben, dann haben wir zusammen drin gesessen. Und... Nachdem ich ihn verloren hatte. Nachdem ich dachte, ich... ...hätte ihn verloren. Du wolltest nicht mehr über ihn reden. Hm. Sowas in der Art. Tja, das war's. Jetzt weißt du alles. Bei dir bezweifle ich, dass das alles war. Aber... Das war schon viel. Und was denkst du jetzt? Ich denke, dass du Glück hattest, dass ich dich gefunden habe. Ja. Ich bin froh, dass du kein Bein verloren hast oder so. Wäre verteufelt schwer geworden, dich hier rauszuschaffen. Wie hast du mich überhaupt gefunden? Ach, weißt du, das war ein Kinderspiel. Einfach immer dem Klang der Schüsse nach. Nein, ich meine, wie bist du... ...hergekommen? Ach. Na klar. Sully, kommen. Na, Schätzchen. Wie geht's ihm? Ach, weißt du, er ist angeschlagen, aber er lebt wie zu erwarten. Jetzt brauchen wir nur noch den anderen Drake. Wie meinst du das? Nate kann's dir erzählen. Hey, Kumpel. Schön, dass du da bist. Wollte ich nicht verpassen. Was ist mit Sam? Brave hat ihn. Scheiße. Weißt du, wo sie sind? Ja, sie wollen zur Nordseite der Insel. Sieh mal, ob du dort einen Platz zum Landen finden kannst. Sobald wir Sam haben, müssen wir verdammt schnell hier weg. Verstanden. Hey, und der Schatz? Vergiss ihn. Wir brauchen ihn nicht. Aber Alcasa... Nein, es gibt kein Alcasa. Das war alles Blödsinn. Na warte, du meinst... ...die Schulden, die... ...die Flachen. Ja, Sam hat alles erfunden. So ein Arschloch, was? Pass auf, ich werd dir alles erzählen, wenn wir uns sehen. Okay? Ja, ich kann's kaum erwarten. Na zu, passt da unten auf euch auf. Du kennst uns. Wir tauschen. Danke. Bitte. Nein, ich meine... Danke, dass du mich gerettet hast. Wieder. Diesmal hätte ich's fast nicht gemacht. Okay. Wir müssen jetzt los. Geil, Digga. Kapitel 17. In guten wie in schlechten Tagen. Oldschool wieder mit Elena unterwegs, Digga. Wie damals, Digga. Das ist Nostalgie. Ihr Schatz ist bestimmt dort. Wir müssen Sam retten, bevor sie ihn finden. Das tut wild, Alter. Was ist los? Aha. Da oben. Ich hab mir den Wagen von Shoreline geborgt. Du bist von da oben runtergerutscht? Na, das war der schnellste Weg. Jetzt müssen wir noch herausfinden, wie wir hochkommen. Ich muss sie irgendwie hochheben, da. Ja. Und? Du bist schon lange hier? Auf der Insel? Und? Ein paar Stunden. Hast du die Kolonie gesehen? Na klar. Aus der Luft. Nicht unglaublich, oder? Ich hab mir nicht alles hingesehen. Ich wollte vor allem wegwerfen. Klar. Und? Und? Hat dir Sully alles erzählt über diesen Ort? Ja. Henry Avery. 400 Millionen. 12 Millionen. 100 Millionen. 100 Millionen. So ungefähr? Ja, das umgereist ist ganz gut. Mir war etwas langweilig auf dem Flugzeug. Ja, geil. So, alles klar. Ja, sie ist stark. Ach, hier raus. Ja, gut möglich. Warte, jetzt hier hoch. Jetzt, aha, ich sie schon. Zack, zack, zack. Stimmt, das Ding hier haben wir auch noch dabei. Das ist dein Auto. Wir müssen nur da hoch. Ich käre ja team. Was meinst du? Wo lang? Na, sehen wir uns um. Zo. Ähm. Ähm. Okay, da kann ich nicht hoch. Hier ist auch nichts. Was ist da hinten? Da. Zack, zack, sehr schön. Schnell, Elena. Ganz schnell. Echt? Okay, und jetzt? Schau mal, ob du was brauchst. Ja. Will jetzt irgendwas? Ich habe hier was. Warte. Oh, herrlich. Vorsicht, da unten. Okay, wild. Okay, wild. Was? Halten sie L1 gedrückt, um das Seil, um am Seil zu ziehen. Okay, und jetzt? Was? Ja, habe ich schon gedacht. Jetzt nur die Frage, wohin damit? Also, w-w-w-w-w. Was soll ich, was soll ich damit hin? Verstehe ich jetzt gerade nicht wirklich. Was soll ich jetzt damit hin, Digga? Was soll ich mit dem Baumstandard zu kommen? Kiste, Baum, verstanden. Ah, jetzt habe ich es gepellt. Ich habe das vorher gar nicht gesehen, Alter. So, jetzt geht's. so verstehe ich kann nur so einmal das ist ich dachte das ist wie ein mw2 dass du mehrfach kannst okay verständlich oh nein oh nein warte So, jetzt sind wir oben. Der hat schon einen alten Junge. Achso. Okay, wir nehmen es zurück. Er ist schon wild. So. Warte mal, ich kann hier hoch. Scheiße. Die ist am Start, die Kleine. Okay, er ist eine Legende, man. Absolut eine Legende. Ja, eine gute Idee. So, alles klar. Lass mal hier oben links ein bisschen gucken. Warte mal hier. Ah, warte hier, guck. Hier können wir hoch. Oh, okay. Wenigstens bewegen wir uns etwas, oder? Schish. So. Wapa, junge. Sie mal, Shoreline. Wir haben dein Auto. Genau das, das ist dir. Und wir es uns wieder. so ist geplatzt, oh mein Gott warte ich glaube das war es so, da war ich auf jeden fall recht, Schwester Wallah, wir müssen hier weg Sniper, M14 Custom kann man sich mal antun, warum nicht ok, korrekt warte mal, kann ich theoretisch nicht, kann ich nicht, ok plus abwärts ok warte, wo jetzt da nicht da auch nicht hoch vielleicht sieht stark dann aus aua das Geld braucht er ja wohl nicht er will den Ruhm er will keiner sein, der nur durch sein Erdereich geworden ist davonlaufen gibt es für ihn nicht warte 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 Nadine hat Daddys Schlamassel geerbt sie hofft bestimmt hiermit wieder groß raus zu kommen hier ist aber warte mal die Straße geht auf der anderen Seite weiter suchen wir einen Weg darüber das ist die Frage jetzt wie die ah, da guck da haben wir schon so, Digga so weit, so gut weiter fluss aufwärts darüber könntest du noch einen super Artikel schreiben ach, allerdings aber das würde wohl niemand glauben du könntest ja Fotos machen Kamera nicht dabei so ein Fisch aber auch naja, das ist belastend und warum ist Sam nicht direkt zu dir gekommen nachdem Rafe ihn befreit hat ich glaube er wollte alles wissen was Rafe zu Avery weiß bevor er fliegt und er brauchte Zeit um sich diese Alcasa Geschichte auszudenken ach, hätte ich nur mal nachgeforscht warte mal da würde sogar das Auto rum passen ich feiere es hier das Lenk zum Beispiel hier so wenn du wenn du nicht schnell genug fährst der das auch zum Beispiel so mit einer Hand und so siehst du das das ist echt das ist wirklich geil gemacht hier warte lass mich hier kurz umgucken aha dachte ich mir schon warum ich das hier dachte ich mir schon gefällt warum kann ich hier Dings was soll das helfen helfen Sie also jetzt bin ich gespannt das ist jetzt lustig warte mal warum kannst du nicht einfach eine Zeit lang an Steuern bis ich Dings hab und dann werde doch schlauer oder nicht ok warte müssen wir uns hier ein bisschen anders umschauen ah 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 Oh, shit. Nein, die alte ist stabile, Alter. Ne, warte. So, jetzt, ja. So. 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 Oh, shit. Das war knapp. Warte mal. Bin ich nicht hier hoch? Doch, jetzt kann ich. Du bist oben. Hat dir jemand Zweifel? Oh, warte mal. Ich halte das Rad an. Ja, das meinte ich. Hey, wir sind so weit. Haha, mein Mädchen. Haha, bester Mann. Elena ist schon richtige Legende, Alter. Elena ist schon richtige Legende. Aufzug. Sehr gut. Los geht's. So, Rinderjunge. Oh, fuck. Oh, nein. Sollt. Hi. Ähm. Jetzt? Ähm. Vielleicht sollte ich. Egal. Oh, hey. 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 Hey das drehen. Hey. Alles klar bei dir? Ja, alles klar. Alle das auch? Alles klar. Oh, der Sniper ist gut. Haha. Nice. Uh. Yes. Holy moly. Oh, holy moly. What the? Rabzai, Junge. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Äh, warte mal. Scheiße. Warte mal kurz. Ich bin fucking weak. Von wo denn, Digga? Nicht behindert? Nein, 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 nein. Oh, es ist viel bei Fisch mit Gurke. Das ist ja ein leichtes Ziel. Ah, Heilung. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. Ich bin ganz sicher. So, shit, Digga. Kann ich hier hoch? Nein, halt's ab. Elena ist ganz alleine, Digga. Das ist nix gut. Warte, komm ich zu ihr hoch? Das ist die gute Frage, die ich mir erstelle. Aber warte ich hoch, ich Idiot. Scheiße. Nice. Heilige Scheiße. Bist du okay, Nate? Ja. Na, komm schon. Du fährst. Sicher? Du machst das doch gut. Nach all dem, brauche ich eine Pause. Definitiv. Die ist so geil, Digga. Ich feiere die. Ich habe mir überlegt. Diese ganze Mechanik und Architektur sind doch nicht billig. Meinst du, vom Schatz ist überhaupt was gut, ne? Das haben wir uns auch gefragt. So. Da ist der Aufzug. Ja. Wir müssen durch die Strom schnellen. Gibt es im Auto Rettungswesten? Oh, shit. Die Frage ist jetzt. Wie machen wir das? Ich glaube erstmal hier runter. Warte, warte jetzt hier links. So. Ich habe die Kontrolle wieder. Wir sind bald da. Du hast nicht zufällig was zum Umziehen dabei, oder? Ja, klar. Super. Im Flugzeug. Nicht super. Ja, dann da. Fahren wir durch Schleusentor. Okay, warte mal. Ich kann gar nicht da hochklettern. Scheiße. Ähm. Ah, hier. Guck. Guck. Loppeln. Ja. Bläht nach oben, ja. 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 Ich war schon wie so So Oh shit Hier ne Oh nein Okay Gott sei Dank kein Wasserfall Das wäre nämlich jetzt Nicht so schlau gewesen Perfekt so Dann mal los Alter Ich verstehe schon Ich verstehe schon Und wir sind oben So Hoffentlich hoch Digga das wird schwer Das wird rückgeschmerzt zu geben Junge Wenn das mal gut geht Oh Gott Gechillt 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 Wow Wie auf einer Postkarte Ja Libertar hier Wunderschöne Lampschrift Und schießerein auf Leben und Tod Ist schon ne geile Kulisse Wieso hast du deine Meinung geändert Hm Na du wärst fast Nicht zurückgekommen Na sollte ich abhauen während du bis zum Hals drin steckst Und weißt du dann war da noch Dieses Ehegelände Gechillt Den guten Geschlechten Ja Den guten Geschlechten Wahre Worte Junge Das ist ne wahrhaftige Ehe alter Ganz schön mal das Hitler Was soll ich da sagen Hier Los hilf mir mal Natürlich Klar Okay Weißt du selbst wenn du glaubst mich damit zu schützen Hast du kein recht mich so auszuschließen Ja hat die auch recht Worum es auch gehen mag Wir sollten darüber reden Und uns darum kümmern Gemeinsam Als Team Ich weiß Wirklich es ist nur Weißt du was Konzentrieren wir uns Das hat bis später Zeit Alles klar Nächster Halt Blue Devil Oh mein Gott ist das schön hier Alter ist das schön hier Das ist ja fantastisch Absolut fantastisch Wunderschöner Soundtrack Oh Mann wie mag wird das denn Guck mal wie malerisch das aussieht Unglaublich Unfassbar Absolut geil Guck dir's an Wirklich grafisch muss man sagen Technisch ein Sehr 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 schönes Spiel Wir sind hier Wo bist du Noch in der Luft Ein paar Schäuleinsfahrt Und du bist unterwegs nach Nauz Oh Bernhard Gedauch Wie geil ist das Tilly Es gab ein paar Probleme Aber so weit so gut Okay gut Meldet euch Ich bin immer gern auf dem Laufenden Okay Wir versuchen es Over und out So Oh Mann Okay Wir müssen über die Brücke rüber Und festhalten Na ganz toll Na ganz toll Ich kann nicht Die Strömung ist zu stark Na komm Na komm Oh shit Oh nein Oh nein Oh nein Warte Ich sehe schon Ich sehe schon Ich sehe schon Wasservoll Sehr wild Alter Das war's mit der Karin Der Baum ist nicht okay Komm schon Wuppt Zwei Junge So viel zum Wagen Ja Komm Ich wollte dich nicht schützen Es ist nur Ich habe geschworen Dass Schluss ist mit diesem Leben Was haben wir beide Ich habe den Schwur gebrochen Ich habe nichts gesagt Weil ich Ich hatte Angst Angst vor vor Dich zu verlieren Ich schätze Ich wollte Mich selbst schützen Verstehst du Wir haben noch eine weite Strecke vor uns Ja Wir sollten weiter Ja Oh süß Die zwei Ja gut Okay Freunde Ich würde sagen Das ist glaube ich Ein guter Abschied Für diese Folge Wir sind jetzt bei 52 Minuten Circa Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn dem so ist Lasst gerne ein Like Und ein Abo da Wir haben in der Folge Wieder sehr viele Geiles Zeug Sehr viel spannendes Zeug gesehen Ich bin sehr gespannt Wie es weiter geht Und wie es dann auch Ja schlussendlich enden wird Wir sehen uns dann In einer neuen Folge Wenn es wieder ist Let's Play Uncharted 4 Bin gespannt wie viel Wir circa noch haben Aber wir sind da glaube ich Kurz gut Ja Relativ nah am Finale Aber es werden noch Ein paar Folgen Ich verabschiede mich Bis der Rejective Zu fischen die Zwiebeln Und haut rein Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal